Und das meine ich aber schon so. Was ist jetzt in der Umschaff? Wir haben den 8.6.2022. Jetzt ist es gut, dass ich rausgekommen bin. Darum kommt es ab und zu vor. Jetzt ist es noch ein Spatz übernimmt. Dass ich ihn nur ganz kurz aufnehmen kann. Oder eben so wie jetzt. Also gestern ist ein Video entstanden, wo er gerade vorbei fliegt. Und da sieht man eigentlich praktisch nichts. Aber darum versuche ich sie, weil ich es trotzdem will. Es kann dann eben sein, dass er da einen Kreis tut. Jetzt sehen wir das so schön. Und das ist vielleicht ein Höhenunterschied von 50 Meter. So. Seine Entfernung hier vorne ist 50 Meter. Ich denke nicht, dass es mehr ist. Wir haben den 8.6.2022. Jetzt ruft es gerade. Es muss 7 sein. Jetzt ruft es noch ein Abend. Und heute wird es wahrscheinlich sehr warm. Das ist vielleicht weiss. Jetzt steigt ein Heissluftballon. Vor allem dann, wenn die Temperatur von kalt auf sehr warm ist. Ich habe nichts mindestens eingedrückt. Ich habe nichts mindestens eingedrückt. Und er ist jetzt erst da gerade gelandet. Und dann ist er mit dem Flügel an. Und dann kommt er mit dem Flügel an. Und dann kommt er an. Ah das Goodo Und dann kommt er entdeckend. Und dann wissen wir's ja nicht wieder. Oh. Okay. Da ist noch ein 2.loer. Da steckt er jetzt schon mal die Tübin. Schauen wir uns noch das Fenster zu machen, wo wir es jetzt noch mit vorherigen Videos verbinden. Das ist so. Potentus cleave mir nicht vor allem. Spannende